hallo und herzlich willkommen zu einem neuen fifa mobile video ja heute habe ich euch ein bisschen was über meine liga hier zu sagen und zwar habe ich ein paar leute rausgeschmissen wo leider nicht so oft gespielt haben oder fast gar nicht zwei habe ich leider aus versehen rausgeschmissen oder halt ja und zwar habe ich hier raus müssen ja ist jetzt ja hier leider nicht mehr drin aber ich kann es euch sagen und ich blende die auch hier ein irgendwo und zwar habe ich raus geschmissen aus versehen ebile kribbel aber ihn habe ich wieder angefragt dass er wieder in meine liga kommt dann habe ich hier attila junge den habe ich raus geworfen dann habe ich hier konzis 11 ist auch raus dann habe ich hier stimme mal auf den habe ich raus dann habe ich boss vl keine ahnung dann habe ich luka rausgeschmissen ich habe marcel aus versehen rausgeschmissen also rapid master da kommen wir gleich noch mal dazu dann haben wir hier sehen den habe ich auch raus geschmissen dann habe ich dann heraus geschmissen ich habe wenn masterful rausgeschmissen ja nicht der echte und severance oder wieder ausbauen wird habe ich auch raus geworfen wir haben einfach nicht ihre spiele gemacht hier das hat mich ein bisschen stört ich habe auch hier im chat immer geschrieben oder wo steht es ich kann euch zeigen diese spiele warum sind nur 20 beim turnier dabei so die leute die ihre spiele nicht gemacht haben fliegen jetzt nach diesem turnier raus hier weil hier oben habe ich schon irgendwo geschrieben dass ihr eure spiele machen sollt und das schon ein paar mal so wer beim nächsten mal seine spiele nicht macht fliegt raus da habe ich auch schon geschrieben ja also ein paar mal habe ich schon geschrieben und jetzt war ich halt so konsequenten habe mal welche raus geschmissen und hier steht es seht ihr ja wer alles raus fliegt naja wie kribbel habe ich noch mal eingeladen den marcel würde ich auch gerne wieder einladen geht das hier überhaupt so und zwar bin ich hier auf mitglied einladen machen und marcel so vielleicht siehst du dich ja hier irgendwo oder du kannst dich ja auch bewerben dann nehme ich dich direkt an so weil hier sind mehrere marcel hier seht und ich weiß einfach nicht welches ist er hat im letzten video hat er einen gesamtwert von 84 und level von 41 gehabt und das sehe ich hier leider nicht ja also es tut mir echt leid für die wo leider nicht gespielt haben aber ich finde das gerechtfertigt dass ich die raus geschmissen hat weil wir haben ein paar mal aufgefordert dass sie ihre spiele machen und ja so dafür ist jetzt hier mein bruder mit reingekommen der marco x fan hier unten den kenne ich leider nicht keine ahnung ja so wir gehen mal in den shop mal gucken ob ich hier das kostenlose set öffnen kann nein leider nicht 1 40 ähm ja ich bin in dings 1 hochgekommen hier bei vip bin jetzt vip 8 so der nächste rang wäre hier vip 9 ja wir machen am besten mal hier ja machen mal schnell hier fußballkilde ein bisschen ich glaube ich kann heute noch hier meinen türchen öffnen jawohl ähm seht mir das äh andersherum so so da öffnen wir mal haben wir abwehr fünfmal flanken fünfmal rounder fünfmal kopfball fünfmal und positionsspiel fünfmal so oh ja das ein video klasse starke echt stark ja die events kälte so morgen gibt's schneeball oder was morgen gibt's schneebälle also also heute so wir machen mal hier geschenkschützer mal schauen was das ist ich weiß es ich komme jetzt nicht gerade drauf so dann spielen wir das mal so jetzt weiß ich so 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 haben wir schon gepackt jo so gehen wir mal weiter also wir bekommen ja hier erstmal münzen und alles xp dreimal schneeball fünfmal äh münzen 2500 und 200 vip punkte so ich mache heute mal hier hitze punkte schon wieder hier geschenkschützer hm ja egal wir machen das jetzt einfach mal so so und los geht's und los geht's so 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 jetzt haben wir hitze punkte bekommen liga punkte 2 hitze punkte 1 xp dreimal und schneebälle zweimal und ich glaube das hier jetzt fünfmal oder so ja ja öffnen wir das mal alles set 455 und set 555 so hm dann schauen wir uns mal schnell das video an wenn ich ähm 5 schneebälle wunderbar so hier das kann man glaube ich kaufen ja ja gehen wir mal weiter bei die schneeflocke aber ich glaube ich spare lieber mal ich habe nur 4 und 8 4 kälte punkte und 8 hitze punkte oder was weiß ich wie sich das nennt ach nein zack ich glaube hier ist 5 nein das lassen wir auch mal wir gehen wir mal hier auf weihnachtsglanz aber ich glaube dort geht ja eh nichts jetzt weil ich hier keine habe hier ist der nächste da brauche ich ähm 35 weihnachtsglanz so so hier gehen wir mal hier mal auf tägliches aufwärmen das habe ich auch noch nicht gemacht heute so mhm immer dieses warten hier du 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 Ja steht ja auch leicht so da öffnen wir ja das pack thema da haben wir ein liegapunkt und 6 x xp und 2500 minzen und 200 vip punkte oder ja wie sich das nennt so dann spielen wir noch schnell das spiel hier und dann kommen wir zum nächsten event jetzt muss ich mal ein bisschen hier aufs handy schauen jetzt kommt es mal ein bisschen mehr Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 und das war's schon so text wäre aufwärmen pack öffnen 15 games ein liga punkt und das war's ok dann öffnen wir mal hier takas bonus abruf 20.000 coins dalian j was das denn und 20.000 points wunderbar wie kann man immer gebrauchen die coins so beim nächsten mal ist ein seltener boost panier spiele ich jetzt nicht machen wir noch schnell teamhelden und dann war es das für dieses video zack öffnen das ist hier voll übertrieben nur dass man das startet hier so ihr seht hier unten 14 mal rom zehn mal atletico acht mal dortmund und neun mal bayern also mehr die anderen als die wo ich möchte also ich hätte lieber hier das alles auf der bayern und dortmund seite jetzt bin ich hier beinahe blamiert so öffnen wir mal hier das set oh yeah bayern dann neun mal xp plus einmal vip und 1.980 vip sehr schön gehen wir mal gleich aufs nächste und dribbling dann machen wir das auch mal schnell ach das hier so unnötig und noch einer zack das war's mal gespannt was wir jetzt bekommen öffnen wir das pack und dortmund ja immerhin neun mal und tausend münzen ok so letztes ding hier auch nur kisten treffen versuchen wir das mal einmal einmal geschossen und getroffen so öffnen ja bayern jawohl aber es langt glaube ich noch nicht so jetzt öffnen wir noch hier unten das und dann war es das wappenbonus öffnen und was haben wir zweimal bayern und einmal dortmund und sandro wagner ich habe noch mal einen bayern spieler jawohl nicht schlecht also bei bayern fehlen mir noch zwei bei dortmund fehlen mir noch sechs bei atletico fehlen mir noch fünf und bei alles rum fällt mir noch einer jo so schauen mal ob wir noch ein paar packs öffnen können hier aus dem quest oh nein ah tägliche anmeldung stimmt ja so 25.000 münzen sehr cool das gefällt mir so warum steht hier 87 ach so ja weil ich ja hier den getauscht habe damals habe ich den hier drin dann habe ich nämlich hier 88 wie ihr seht ach nix job ein zurück quest ich glaube doch hier eins können wir öffnen und ein zwei sogar wir bekommen noch einen tagesboni so fünf games ein liga punkt 20 tagespunkte und 2500 münzen jetzt öffnen wir noch schnell tagesboni und dann sage ich mal bis zum nächsten mal und ciao ciao